Wo kommt ihr denn her? Aus Hüffingen. Aus Leonberg. Aus Wimsheim. Du bist ja ganz am Rande vom Kirchenbezirk. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was schätzt du denn, wie wird das Country Camp? Zehn? Zehn. Zehn. Du bist ja ganz am Rande vom Kirchen. 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 Musik 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 Und wie war es bisher so? Was war das Geil compatriere? Ehh kunde frage So viele Sachen man kann sich nicht entscheiden? Ja, auf jeden Fall. Okay, wenn du dich für eins entscheiden musst. Also bis jetzt fand ich es toll, dass wir da im Zelt rumgetanzt haben. Bis zum nächsten Mal.